Das letzte Bund-Länder-Treffen hat nur noch für Verwirrung gesorgt. Die Infektionszahlen steigen weiter an. Die eigentlich abgesprochene Notbremse wollen manche Länder nicht wie geplant ziehen. Wie weiter also in der Corona-Krise? Angela Merkel nannte gestern Abend in der ARD nochmals die für sie notwendigen Maßnahmen. Wir müssen mehr tun. Da haben wir die Möglichkeiten Ausgangsbeschränkungen, weitere Kontakteinschränkungen, weiteres Masken tragen. Das will ich nicht nennen. Für mich sind z.B. weitere Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen ganz wichtige Mittel, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Soweit Angela Merkel. Am Telefon begrüße ich Karl Lauterbach, SPD-Politiker, Mediziner und Gesundheitsökonom. Schönen guten Morgen, Herr Lauterbach. Hallo, guten Morgen. Haben Sie Angela Merkel beraten? Wir haben miteinander auch gesprochen. Das ist klar, aber jetzt nicht spezifisch über das, was sie dort gesagt hat, sondern ganz allgemein. Darüber ist aber nicht viel mehr zu sagen. Aber es ist genau eigentlich die Linie, die Sie auch vertreten, oder? Sagen wir mal so, die Linie ist ja die Linie, die verabredet wurde bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz. Von daher ist es die Linie, die allgemein besprochen wurde. Darüber hinaus würde ich tatsächlich jetzt sehr intensiv dafür werben, dass wir mehr tun, als wir vereinbart haben. Wir haben ja die Osterruhe nicht gemacht. Und es wäre aus meiner Sicht sehr wichtig, jetzt noch einen Gang reinzulegen. Wir können es nicht so laufen lassen. Also die Kontrolle verlieren wir ja zunehmend. Wie werden wir so weitermachen? Innerhalb von wenigen Wochen Inzidenzen haben wir über 200. Das, was wir jetzt machen, hilft einfach nicht. Das sehen ja auch die Bürger. Und wir werden ja irgendwann tatsächlich auf die Bremse gehen müssen. Von daher würde ich auf jeden Fall auch mit zusätzlichen Maßnahmen operieren. Die aktuellen Zahlen, wir haben es vorhin in unseren Nachrichten auch noch mal genannt, 9.900 neue Infektionen. Die Inzidenz ist von 107 auf 134 gestiegen. Sie haben bereits auch eine zweiwöchige nächtliche Ausgangssperre ins Gespräch gebracht. Warum müsste die jetzt so schnell wie möglich kommen? Ich glaube, wir brauchen eine Mischung von Dingen. Und wenn wir dann die Zahlen stabilisiert haben, also wenn wir aus dem exponentiellen Wachstum wieder raus sind, dann kann man auch über Lockerungen, die man absichert, beispielsweise durch Schnelltests, nachdenken. Aber man darf im zweiten Schritt nichts vor dem ersten tun. Und jetzt ist es so, wir haben also die Kontakte in den Betrieben, die müssen also stärker eingeschränkt werden. Und wir haben die Kontakte im Privaten. In den Betrieben wird ja sehr viel helfen, wenn die Betriebe offen bleiben, dass man eine Pflicht zum Homeoffice einführt. Und wenn man dann darüber hinaus auch die Testungsverpflicht macht, zweimal in der Woche zu testen mit einem Antigentest, das würde sehr viel bringen, um die Cluster sich in den Betrieben bilden und abzufangen. Darüber hinaus im privaten Umfeld würde es sehr stark helfen, wenn man befristet eine Ausgangsbeschränkung abends machen würde. Also wir wissen, dass abends viele Termine, viele Treffen stattfinden. Das wissen wir aus den Bewegungsprotokollen der Fahrzeuge. Das wissen wir aus den Bewegungsprotokollen der Handydaten. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen abends nochmal um den Block alleine gehen, sondern treffen sich auch privat. Das ist auch zu verstehen. Aber wir müssen das eine Zeit lang aus meiner Sicht begrenzen, sodass wir dann, wenn wir das Wachstum wieder kontrolliert haben, auch über systematische Lockerungen wieder nachdenken. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Lauterbach, muss das besser heute als morgen passieren und man nicht mehr lange zuwarten kann. Nun hat Merkel gestern Abend auch gesagt, dass sie ein weiteres Bund-Länder-Treffen erstmal für nicht besonders zielführend hält. Das heißt allerdings, kurzfristig wird jetzt erstmal keine Entscheidung fallen. Die Länder müssen jetzt erstmal selber wieder überlegen, okay, nehmen wir jetzt die Worte von Merkel so ernst, dass wir alle die Notbremse umsetzen oder nicht. Genau, das stelle ich auch nicht zuversichtlich, muss ich sagen. Weil einige Länder werden das nicht machen. Es gibt jetzt Länder, die Ausgangsbeschränkungen beschlossen haben. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern macht das in den Kreisen, die über 100 liegen mit der Inzidenz. Andere Länder sehen das gar nicht vor. Das würde ein Flickenteppich werden. Gut wäre, wenn man sich jetzt noch einmal zusammennehmen würde und das bundesweit machen würde. Also ich will auch begründen, weshalb. Also wir sind jetzt eigentlich nur wenige Wochen vor einer Situation, wo wir die Menschen impfen können, die viele Risikofaktoren haben. Die haben ja bisher kaum geimpft. Das sind aber diejenigen, die, wenn sie erkranken, besonders schwer erkranken und oft viele Lebensjahre verlieren an den Folgen der Erkrankung. Wir haben jetzt ein ganzes Jahr durchgehalten und so eine nationale Kraftanstrengung, auch mit einer zusätzlichen NPK. Also wenn sie Sinn hätte, wenn die Länder sich bewegen wollen, das hätte ich für sehr, viel sinnvoller. Wir können jetzt nicht abwarten, was die einzelnen Länder machen. Ist das eine Frage von Solidarität? Ja, das ist eine Sache von Solidarität. Denn diejenigen, die sich jetzt, sagen wir mal, einschränken würden, die trifft es vielleicht selbst gar nicht so hart. Aber hier ist eine ganze Gruppe in der Bevölkerung jetzt noch mal gefährdet. Die warten jetzt sehr, sehr lange schon auf die Impfung. Die sind kurz vor der Impfung. Die werden hier gefährdet. Und ich halte das für falsch. Wir sollten noch einmal eine nationale Kraftanstrengung aufbringen. Wir sind jetzt so knapp vor dem Ziel, dass sich das wagen würde. Nochmal eine Frage an den Mediziner. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir nicht nur über die britische Variante, also B.1.1.7, sondern auch über gefährlichere, die noch kommen werden, reden müssen? Darüber müssen wir reden. Wir haben bisher das Glück, dass die gefährliche brasilianische Variante in Deutschland nur sporadisch vorkommt. Die brasilianische Variante ist besonders gefährlich, weil die verbindet im Prinzip die Gefahr der britischen Variante, also der schnelleren Ausbreitung mit der Gefahr der südafrikanischen, wo es darum geht, dass bereits Geimpfte möglicherweise Probleme haben, aber auch definitiv diejenigen, die schon mal erkrankt waren. Wenn die noch mal erkranken, erkranken sie oft schwerer, weil sie schon vorgeschädigt sind. Und diese brasilianische Variante ist daher die gefährlichste von dem, was wir bisher wissen. Und die würde sich auch in Deutschland, wenn sie einmal da ist und sich breiter verteilt hat, dann würde sie sehr schnell ausbreiten. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir impfen sollten. Weil wenn wir jetzt zu langsam impfen haben, aber zu viele Fälle gleichzeitig, dann bereiten wir quasi den Boden auch für solche Mutationen vor. Noch eins. Wir wissen einiges. Wir wissen nicht alles, aber einiges. Ist diese Pandemie und das, was schiefläuft, jetzt vor allen Dingen ein Kommunikationsproblem? Ich glaube, es ist auch ein Entscheidungsproblem. Also ein Kommunikationsproblem ist es definitiv auch. Weil wir haben jetzt im Moment eine schwere dritte Welle. Und wir sollten einen letzten harten Lockdown fahren, mit dem Maßnahmen besprochen worden sind. Gleichzeitig kommunizieren wir aber auch, dass wir schon Lockerungen machen können. Wir kommunizieren so, dass wir also schon Modellprojekte machen können. Und das versteht der Bürger nicht. Der Bürger versteht entweder, es ist ganz schlimm, wir müssen auf die Bremse gehen oder wir können uns schon überlegen, wie ein Modellprojekt gelockert werden kann. Und diese Mich-Botschaft ist einfach verheerend. Und es führt dazu, dass die Bürger immer weniger mitziehen, weil sie auch, sagen wir mal, verwirrt sind. Und die Wahrheit ist, wir müssen erst einmal wirklich Kontrolle in das Geschehen hineinbringen. Wir brauchen etwas, was das exponentielle Wachstum jetzt hemmt. Und das ist mit Lockerungen nicht zu machen. Der Fehler ist, dass man glaubt, also man könnte, indem man lockert, hier das exponentielle Wachstum bremst. Und dass der Königsweg die Tests werden. Aber es lässt sich durch Testen nicht alleine wegbekommen. Sagt Karl Lauterbach, SPD-Politiker und Gesundheitsökonom. Herr Lauterbach, ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.